Kaiserstraße, Ausstieg rechts, Sortierdroit Nächster Halt, Rothenburger Straße. Umsteigemöglichkeit zur U2 und zur S-Bahn. Sie befinden sich in der U3 in Richtung Großreuth. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Haltestelle, Rothenburger Straße. Change here for Underground Line 2 and for local train services. This is a Line 3 train to exit left. Nächste Haltestelle, Egardweg. Umsteigemöglichkeit zu den Fernbussen. Nächster Halt, Isartor. Ausstieg zum Deutschen Museum. Next Stop, Isartor. A light here for the Deutsches Museum. Bitte links aussteigen. Please exit the train on the left. Nächster Halt, Hohenzollernplatz. Nächster Halt, Hertweg. Rote-Bühlplatz, Stadtmitte. Zur S-Bahn und zu den Linien U34, X2, 43, 47 und 92. Bitte umsteigen. Nächste Station, Hagenbach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Entenfang, bitte beachten Sie. Diese Bahn fährt weiter über Yorkstraße zum Mühlburger Tor. Umsteigemöglichkeit in Richtung Kühler Krug. Stimmerstraße. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Zug eine Zoll- und Passkontrolle stattfinden kann. Bitte halten Sie Ihre Ausweispapiere bereit. Neuhausen, Rheinfall. Kurzfalzbrücke. Zugang zum MVVE-Forum. Nächster Halt, Hellinghusenstraße, Übergang zur U3. Ausstieg rechts. Hufelandstraße. Jakob-Heinz-Straße, Arena. This is Brooklyn Bridge, City Hall. As you exit, please be careful of the gap between the platform and the train. Transfer is available to the J and Z trains. Hermann-Lingh-Straße. Nächster Halt, Klein-Gerau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 70 nach Kaiserslautern Hauptbahnhof. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Homburg-Sahr Hauptbahnhof. Sie haben folgende Anschlüsse. RE 1 nach Wittlich Hauptbahnhof über St. Ingbert um 16.52 Uhr von Gleis 5. S1 nach Osterburgen über Bruchmühlbach-Miesau um 16.54 Uhr, heute von Gleis 8. RB 74 nach Illingen über Becksbach um 16.55 Uhr von Gleis 7. Hello, everyone. The New York City Police Department would like to remind you to keep your belongings in sight and stay aware of your surroundings. If you see something suspicious in the station or on the train, tell a police officer or an MTA employee, thanks for riding with us.